Der 37-jährige Belgier Fissete hatte einst Sabine Liseki ins Wimbledon-Finale geführt, und unter anderem schon die Britin Johanna Conta, Großbritannien, Kim Kliestas, Belgien, Simona Halib, Rumnien, und Viktoria Azarenka, Weißrussland, betreut. Mit Wim fängt ein neues Kapitel an, und ich freue mich darauf, nächste Woche mit ihm zum ersten Mal auf dem Platz zu stehen, sagte Kerber. Er hat schon oft bewiesen, wie gut er als Trainer ist, und ich bin gespannt, was wir zusammen erreichen können. Ihr bisheriger Trainer Torben Belz gehört damit nicht mehr zum Team. Belz hatte Kerber bis auf eine gut zweijährige Unterbrechung, Ende 2012 bis Anfang 2015, in der sie von Benjamin Ebrahim Zadeh betreut wurde, während ihrer bisherigen Profikarriere gecoacht. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Torben bin, für alles was wir in den letzten Jahren zusammen erlebt haben. Er ist nicht nur ein Trainer gewesen, sondern auch ein richtig guter Freund, und wird das auch bleiben, meinte die Kielerin. Kerber hat 2017 kein Turnier gewonnen, und stand nur in einem Finale, Monterey. Im vergangenen Jahr hatte die Linkshänderin bei den Australian Open, sowie den US Open triumphiert, und als zweite Deutsche nach Steffi Graf den Sprung an die Spitze des WTA-Rankings geschafft.